René, ganz kurz zur Halbzeit 2 zu 1. Was hat es für eine Ansage gegeben vom Trainer? Ja, der Trainer hat uns gesagt, dass wir einfach weiterspielen sollen, um das Spiel fortsetzen und unser Spiel glauben. Es hat erst einmal schon ganz gut funktioniert, nur leider sind wir sehr früh in zwei Konter gelaufen, dass es so nicht passieren darf und dann zuerst nicht 2 zu 0 in den Rückstand. Aber trotzdem, ich glaube, das zeigt die Moral der Mannschaft, dass wir für einen eingeschworenen Haufen sind, dass wir trotzdem weiter unser Spiel durchgezogen haben und unser Spiel geglaubt haben und ich glaube, keiner hat nur eine Sekunde daran gezweifelt, dass wir heute nicht aufsteigen und ja, dass wir dann 7 Tore schießen, haben uns vielleicht nicht erwartet, aber wir haben ein gutes Mal aufsteigen. Vier Tore von dir, wäre noch mehr gegangen oder war das schon fast ein bisschen freig gewesen? Ja, ich bin zufrieden, die Tore, die ich gemacht habe, waren jetzt mal gut gestanden als Stürmer, aber es ist halt unser Spiel, wir kommen sehr oft im Strafraum, wir haben sehr viele Offensivaktionen und ja, das ist einfach meine Stärke, dann im Strafraum auch dort zu stehen, wo der Ball halt liegen bleibt, das ist mir gut gelungen, aber es war nicht mein Verdienst da heute alleine, sondern eine Gesamtleistung, ein Kraftakt der Mannschaft, nach einem 2.0 zurückzukommen und ja, da können wir sehr stolz drauf sein. Aber ja, wir werden uns heute noch freuen über den Sieg und morgen gibt es dann schon die Vorbereitung auf die erste Meisterschaft, wo ich hoffe, dass viele Zuschauer ins Stadion kommen. Ich glaube, unser Spielstil ist sehr attraktiv, da macht viel Freude zuzuschauen, deswegen hoffe ich, dass wir auch viele Zuschauer haben und das sind die erste Meisterschaft, die wir sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.